Ich hoffe, Sie haben bis anhin die ausserordentliche Lage gut gemeistert und ich hoffe vor allem, dass es Ihnen auch gesundheitlich gut geht. Herzlich willkommen in dieser wunderschönen Aula der Universität Berne. Im Moment bin ich vor allem am Podcast zu hören. Hallo, herzlich willkommen hier in meinem Homeoffice. Ich habe eigentlich die meiste Zeit in irgendwelchen Zoom-Meetings. Hier startet unsere Campus-Tour. Hinter uns sieht ihr das Hauptgebäude der Universität Berne. Herzlich willkommen an der Universität Berne. Eine Taskforce zu bilden, welche die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zusammenbringt. Origin ist ein simple laser-based mass-spectrometrisches Setup, ein analytisches Instrument. Um zu wissen, ob wir alleine sind oder nicht, hat definitiv einen sehr großen Impact auf die Gedanken unserer Gesellschaft. Origin. Zu Ihrem formellen Abschluss Ihrer Studien gratuliere ich Ihnen herzlich.